Ich freue mich sehr, Sie heute zum 8. Hanauer Lieferantentag begrüßen zu dürfen. Hallo, die Firma Tillmann Verpackung aus Mühlheimer Main, ein familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation, beliefert Kunden seit über 60 Jahren mit Verpackungsmaterialien. In unserer Fertigungsabteilung führen wir auch Konfektionierung durch. Außer unserem Standardprogramm entwickeln wir auch kundenspezifische Verbauungslösungen für Sie. Sollten Sie auch mal vor einer Verpackungsaufgabe stehen, dann erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. Wir sind die Firma Concept Promotion, ansässig in Main und wir beschäftigen uns in der Hauptsache mit gegenständlicher Werbung, sprich Werbeartikel oder Werbemittel. Hier haben wir das komplette Portfolio, was heutzutage eingesetzt wird von Unternehmen. Angefangen von klassisch über Kugelschreiber, Feuerzeuge bis zu den neuen Artikeln wie Powerbanks, USB-Sticks etc. Mein Name ist Tobias Hane, ich bin der Vertriebsleiter im Hause 3G. Wir sind zum einen Hersteller von sämtlichen Ladungssicherungsequipment, zum anderen Seminaranbieter für den Bereich Ladungssicherung. Ladungssicherung geht vom klassischen Seminar bis zur Verladeempfehlung, Ladeeinheitensicherung. Bekommen Sie alles bei uns zentral am Standort in Fulda. Wir sind die Firma Seifer, sind ein technisches Handelshaus und beschäftigen uns in der dritten Generation mittlerweile mit Schleifen, Kleben und Arbeitsschutz. Heute hier in Hanau speziell mit dem Thema Arbeitsschutz, noch spezieller mit dem Thema Atemschutz. Wir betreiben hier in Hanau ein technisches Servicecenter, wo wir uns mit dem Bereich Gebläse- und Druckluft-Atemschutz beschäftigen. Ich bin die Angelique Arment, wir sind heute hier mit zwei verschiedenen Firmen, einmal die Firma Meditec und die Firma SL Industrie Service. Wir sind hauptsächlich tätig für metallverarbeitende Betriebe, machen Maschinenreinigung, Kühlschmischstoff-Service, Prozessoptimierung, Filtrationstechnik und Minimalschmieranlagen. Wir von der Actus GmbH vertreiben seit ca. 20 Jahren Kopierdruck, Fax und Scansysteme im gesamten Rhein-Main-Gebiet an Kunden jeglicher Größe. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem technischen Service. Zurzeit betreuen wir ca. 1200 Systeme, die bei uns in der Wartung stehen. Wer wissen möchte, wie gut unser Service tatsächlich ist, empfehle ich einen Blick auf unsere Internetseite in unsere Referenzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017